Bei einer Pressekonferenz stellte der Nationale Rettungsdienst von Ungarn eine neue App vor, namens Elet Mente, also Lebensretter. Sie soll den Ablauf eines Notrufes einfacher und schneller gestalten. Gabor Czator, Generaldirektor des OMSZ, sagte, dass die App den Notruf und die Arbeit des Rettungsdienstes erleichtert, da der Dispatcher die vorinstallierten medizinischen Daten und die Position der Patienten sofort einsehen kann. Die Anwendung enthält auch Informationen zur ersten Hilfe und zeigt Apotheken oder Gesundheitseinrichtungen in der Nähe. Die App ist für Android und IOS verfügbar und funktioniert in allen Mobilfunknetzen.